so das ist jetzt quasi der zweite teil davon weil es einfach über eine halbe stunde geht ja ich mache jetzt hier ein separates video weiter wie gesagt wenn er jetzt zuerst hier klickt guckt beim ersten teil geht es quasi hier weiter also mit die ganzen warner veröffentlichungen auf 4k da habe ich ja schon einzel videos gemacht wie gesagt wenn ihr da sehen wollt guckt auf jeden fall mal auf die 4k videos hier mit die ganzen disney veröffentlichung glaube ich noch sogar flucht aus der wird eigentlich da ja nicht hin so dann habe ich hier oben quasi die neuesten filme so oder veröffentlichung die so hingestellt habe spiegelt leider so sehr ich hoffe man kann es trotzdem erkenne bisschen so ja hier sogar schon könnt ihr euch ein bisschen spoilern lassen schon für ein update video gedreht was neues und dahinter sind natürlich auch noch welche haufenweise 4k filme so dann kommen wir mal hier runter da habe ich da meine ganzen seien staffeln stehen habe ich jetzt auch wieder weniger gekauft das hatte damit zu tun weil ja weil jetzt nicht mal viele angebote waren und so jetzt teuer kaufen wollte ich jetzt nicht habe ich hinten noch ein bisschen blacklist da fehlt mir auch noch viel gibt es ja dann nur noch auf die für die leute und der dom und so gemolken auch aus der euro fehlt mir noch die erste flash hier sitzt ja alles strike back chicago fire soja chicago fire prison break forgo kommen wir mal hier weecher hawaii 5o the double hier habe ich jetzt so ein paar filme schon hingelegt weil ich keinen platz mehr hatte hier old dogs habe ich natürlich hier sehen wo richtig richtig geil mecken das sind schon die vom update die mache ich dann jetzt hier immerhin ja hier noch die dvds die ich habe die restlichen da mache ich dann mal ein video dazu noch was es noch alles gibt die stelle ich euch dann mal mehr vor ich habe doch jetzt noch ein paar geguckt sag ich mal hinten noch ein paar staffeln dann auch noch welche unten noch die restlichen die ich so habe aber wie gesagt da mache ich dann mal extra noch videos die würde ich euch dann mal noch so präsentieren quasi ja vor link down habe ich auch jetzt ein video gemacht dass sie auf blu-ray kommt oder für kann man sehen wie player und pictures das regelt ja das war noch die dvds wie gesagt da kommt dann mal extra videos noch zu gebe ich dann mal gerne so vorstellen und sagen ja hier den müssen wir auf blu-ray kommen wie sagt die dvds habe ich jetzt die serien habe ich jetzt müsste ich euch alles gezeigt haben ja das müsste es glaube ich jetzt echt gewesen sein ja die drei minuten hätte man auch noch da aber ist jetzt egal ja das ist meine komplette filmsammlung könnt ihr mal reinschreiben wie ihr die findet wie gesagt ich habe jetzt nicht jeden film gezeigt aber ihr habt mal so ein groben überblick vielleicht kann man das irgendwann mal auch machen wie gesagt da muss ich halt alle filme vorher rausholen da und dann wird alle rein seiten auch eine menge arbeit ja ihr seht ja dann sind ja schon hier alleine zähne ja das sind ja dann auch schon zwölf und wenn ich jetzt hier die auch noch rausholen wird auch das sind ja dann schon 15 filmregale wo ich die alle rausholen muss aber wie gesagt ihr könnt ihr mal mir sagen wie auf jeden fall das findet mit diesen sortiert habe und ja da wollte ich sagen schreibt mal was rein könnte auch im ersten teil sagen wie ihr die sammlung findet und da wollte ich weil ich schon gesagt da wollte ich sagen ja dann sage ich nochmal da wollte ich sagen wir sehen uns im nächsten video bis dann freunde und ciao